Willkommen bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vernehmen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vernehmen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut kanalinfo, da ist mein Alter und meine Geburtsdatum. Und Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Und schaut bei i vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos drücken und mein Logo. Und teilt das Video Facebook, Twitter, WhatsApp mit euren Freunden. Ja. Und hier haben wir Tabakpflanze. Die ist am Wachsen. Wie verrückt. Ja. Hier haben wir die rote Schneerose. Und Kamille kriegt Blüten. Und da haben wir Walnuss, Sonnenblume, Mais, Ringelblume, Sonnenblume und Umkraut. Da haben wir gleich weg. Ja. Brauchen wir nicht. Hier haben wir Mandelbaum. Schaut so aus. Habe ich ein paar Mal schon gezeigt. Und hier ist der Boric, der blüht. Wunderschön. Kann man sogar essen. Und die Mispel und Sommerblumen und die Mispel und Sommerblumen und die Sonnenblume und die weiße Schneerose und Sommerblumen und der Kakibaum treibt. Und der Rhabarber wächst ganz gut. Und die Nordmandanne ist auch am treiben. Ja. Ja. Schaut auch ganz schön aus. So. Ja. So. Ja. Ja. Und die Balkonblumen. Und die Balkonblumen. Ja. Schaut auch ganz schön aus. So. So schaut das bei mir aus. Urwald. Urwald. Tschüss Leute. Instagram. Überall mit dich. Eure Freunde teilen. Bis zum nächsten Video. Ciao. So. Bis zum nächsten Mal.